Wunderheiler Bruno Gröning Sehr spannend Ja, schön Die Nacht der großen Heilungen Geben Sie mir mal eine Danke Von diesem Gröning hört man ja in letzter Zeit immer häufiger Ich wüsste doch mal zu gerne, was dran ist an diesen Wundergeschichten Was soll da schon dran sein? Ist doch alles nur Unfug Der Gröning ist ein Scharlatan Der nutzt doch nur die Leichtgläubigkeit der Menschen aus Und außerdem Wunderheiler, dass ich nicht lache Aber du kennst den Mann doch gar nicht Ich könnte mir vorstellen, dass jemand außergewöhnliche Kräfte besitzt, durch die Heilungen entstehen Jetzt hör doch auf, du glaubst doch nicht im Ernst an diesen Unsinn Ich finde, sie hat recht, solange man die Sache nicht kennt, sollte man sich kein Urteil erlauben Außerdem sieht er doch ganz nett aus Wie auch immer, auf jeden Fall ist es Zeit, dass einmal Licht in die Sache hineinkommt Es müsste sich jemand mal die Arbeit machen, diesem Gröning und seinen angeblichen Heilungen auf den Grund zu gehen Wer weiß, was dabei alles herauskäme Die Nacht der großen Heilungen, Extrablatt Extrablatt, Tausende suchen Hilfe bei ihm Extrablatt 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 Amen. 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 März 1949. Die Zeitungsmeldungen überschlagen sich. Eine kleine Stadt in Westfalen rückt plötzlich in den Mittelpunkt öffentlichen Interesses. Ein angeblicher Wunderheiler macht hier von sich reden. Immer mehr Menschen versammeln sich vor dem Haus der Familie Hülsmann am Wilhelmsplatz in Herford. Sie wollen einen gewissen Gröning sehen, der dort einen schwerkranken Jungen geheilt haben soll. Manche kommen aus Neugier, die meisten aber erhoffen sich Hilfe und Heilung durch einen Mann, der bis dahin völlig unbekannt war. Alle werden von diesem Phänomen überrascht. Nur er selbst scheint dies bereits Jahre zuvor vorhergesehen zu haben. Dann erzählte mir in einer Nacht plötzlich, was er mal alles tun würde, dass tausende Leute zu ihm kämen, dass er heilen würde, dass Wissenschaftler kämen. Und dann habe ich so langsam meine Bedenken gekriegt. Ich habe gesagt, na also, jetzt reicht es eigentlich. Also alles, was recht ist. Na ja, und dann hat er gesagt, ich würde dann bei ihm sein, er bräuchte mich. Das war eben noch schöner. Und eines Tages war er verschwunden. Er war weg. Und seine Frau war natürlich völlig ratlos. Nichts, er war nicht mehr da. Und ich komme in dieses Flüchtlingsbüro, in diesen Zigarettenladen und da sagt er, da haben Sie schon die Illustrierte gesehen, die neue, ich weiß nicht, ob es Queek oder Revue war, die ist damals, ich weiß es nicht mehr. Er sagte, hier, schauen Sie mal. Titelseite, Wunderdoktor von Herford. Das war die erste Reportage über die Hülsmann-Sache in Herford. Und ich komme nach Hause und es liegt ein Brief da, dass er mich braucht. Ich soll kommen. Und ich fuhr nach Herford und da war schon sozusagen Hochbetrieb. Es standen schon hunderte Menschen vorm Haus und ich klingelte dann. Und das war ja alles sehr hermetisch. Abschließend, man ließ ja niemand rein und dann kam ein Mitarbeiter, Egon Arthur Schmidt, und ließ mich rein und sagte, ja, also Herr Gröning wartet schon auf Sie. Und ich kam dort rein, aber er war nicht da, er war irgendwo im Rheinland, ich glaube in Viersen oder wo, wenn ich mich entsinne. Und im Hof hinten waren aber Kranke und plötzlich fingen dort die Heilungen an, in dem Hof, weil er gar nicht da war. Und wir haben später rekonstruiert, dass es zur selben Zeit war, wie in Viersen, der er geheilt hat, passierten dort in Herford auch die Heilungen. Und ich war sehr beeindruckt, war nicht so beeindruckt, dass mir die Tränen gelaufen sind, also weil das so beeindruckend für mich war. Und kurz darauf kommt er rein und sagt, na, was habe ich gesagt? Es begann alles damit, dass Bruno Gröning sich des schwerkranken Sohns des Ehepaars Hülsmann annahm. Sie luden ihn zu sich ein, nachdem sie durch eine Bekannte von den sonderbaren Kräften Grönings erfahren hatten. Er litt an progressiver Muskeldystrophie, lag im Bett und war nicht mehr in der Lage aufzustehen. Also so habe ich das von den Eltern erfahren und so hieß es auch allgemein. Und laut Bericht war es so, Bruno kam und sagte, steh auf und das Kind stieg auf. Und später ist es rumgelaufen, zwar behindert rumgelaufen, aber er ist rumgelaufen. Das war eine Tatsache, die war nicht wegzuleugnen. Das war ja eigentlich der Auftakt der ganzen Geschichte. Damit fing es an. Also soweit ich war ja zu dem Zeitpunkt nicht bei ihm, wie er die Heilung war, aber ich bin dann im Hause Hülsmann, habe ich auch gewohnt dann im Haus. Und wir haben dann also, soweit eine Organisation überhaupt machbar war, haben wir das versucht durchzuführen. Das meiste Bestand darin, die Leute aus dem Haus fernzuhalten, die natürlich alle reindrängten zu ihm persönlich. Und das ging da eigentlich schon kaum noch, ganz wenig. Einer der Heilungssuchenden war Georg Nowak. Er litt seit vier Jahren unter ständigen Kopfschmerzen. Weder die Behandlung durch einen Neurologen noch ein monatelanger Krankenhausaufenthalt brachten ihm dauerhaft Linderung. Er galt als unheilbar. Wahnsinn, ihr Kopfschmerzen, Tag und Nacht. Die hörten überhaupt nicht auf. Daher konnte ich auch nicht mal richtig gehen. Und dann sagten meine Kollegen nachher, du, mir da Gröning gestern hinsen, das ist so ein Wunderheiler, da geh doch mal hin. Und da sag ich, ach, sag ich, Mensch, wenn ein Arzt nicht helfen kann, in dieses große Krankenhaus in Hannover, und dann jetzt zum Gröning gehen, das ist doch einfach lächerlich. Da mach ich gar nicht hingehen. Aber da sind Tausende von Menschen auf. Das ist schwarz von Menschen auf die ganzen Plätze, alles ist voll. Geh doch mal hin, du brauchst dich doch nicht genieren. Geh doch mal hin. Keiner sprach mit den anderen, alles war stumm und still, keiner sagte was. Und wir warteten nun, dass Herr Gröning auf dem Balkon erscheint. Zwischendurch war immer die Kirchenuhr, die Kirche, die in der Nähe war, die Glocken läuteten. Und wir wussten dann immer, wie spät wir hatten. Und am Abend erschien ein Mann auf dem Balkon, aber es war nicht Herr Gröning, es war ein anderer. Und er erklärte uns, dass wir noch Geduld haben müssten und wir müssten warten auf den Bruno Gröning. Er ist nicht da, er ist bei ganz Schwerkranken. Habt Geduld, aber er kommt ganz bestimmt. Und keiner sagte wieder was und der Mann ging wieder weg. Und wir warteten und wir warteten und wir warteten drei Tage und drei Nächte. Und dann ist der Bruno erschienen. Und als er auf den Balkon kam, es war, ich kann es gar nicht so beschreiben, also Unruhe. Er ist jetzt da, die Spannung. Und dann hat er gesagt, ihr Hilfesuchenden, ihr Heilsuchenden, ihr Gelähmten, steht auf. Ihr könnt gehen, ihr braucht nicht in den Rollstuhl sitzen, ihr könnt gehen. Aber es stand keiner auf und alle waren noch vielleicht im Zweifel, was weiß ich. Aber es stand keiner auf. Dann hat er nochmal gesagt, die Hände ausgebreitet, steht auf, ihr Gelähmten, ihr könnt gehen. Und dann sind sie aufgestanden. Ich war fassungslos, wo ich das gesehen habe. Die Tränen rollten, aber nicht nur von mir, auch von anderen. Wenn sie dann gesehen haben, dass die Leute dann aufstanden, wenn Gröning mit ihnen gesprochen hatte, oder nur, dass er oben stand und wenn er dann sagte, jetzt stehen sie auf und die Leute standen auf, oder Leute, die an Krücken gingen, die Krücken wegwarfen und liefen, dann kann man solchen Menschen nicht mehr als Scharlatan betrachten. Immer mehr Menschen berichten von außergewöhnlichen Heilungen, die man mit Bruno Gröning in Verbindung bringt. Selbst von Ärzten als unheilbar diagnostizierte schwören auf seine wundersamen Kräfte. Offensichtlich spricht Gröning jedoch nur zu den Kranken, was die Sache noch seltsamer erscheinen lässt. Ein Reporter der Süddeutschen Sonntagspost berichtet, mir bleibt der Verstand stehen. Bruno Gröning heilt lahme, blinde, stumme. Eines der größten Phänomene unseres Jahrhunderts. Das ist die übereinstimmende Meinung vieler Sachverständiger zu dem Fall Gröning. Ich war junges Mädchen, 18 Jahre alt und ich hatte immer Rückenschmerzen. Also ich hatte schon als kleines Mädchen Rückenschmerzen und das hat sich später verstärkt, weil ich eben einen stehenden Beruf ausgeübt habe. Und ich habe eben von Bruno Gröning gehört und habe gedacht, jetzt überzeugst du dich mal selbst. Und plötzlich geht ein Raum durch die ganzen Menschen, die da waren und sagen, der Gröning kommt, der Gröning kommt. Ich sage, wir sehen aber keinen hier. Ja, da ist er da und da steht er ganz hinten, also 100 Meter fändel ab. Und habe da gestanden und habe gedacht, also Bruno Gröning, wenn du also der große Heiler bist, dann hilf mir. Und er sagte, ich möchte meine Rückenschmerzen loswerden. Und nichts anderes gedacht. Und da hörte ich ihn von Weitem sprechen, aber ich habe nicht verstanden die Worte. Das konnte ich nicht hören, aber in mir ging etwas vor. Ich merkte, dass, ich denke, in dem Moment dachte ich, er kann wohl doch helfen. Wie ein Strom, bis in den kleinen Zeh, habe ich das gemerkt. Es durchfuhr meinen Körper wie einen Strom. Plötzlich ging es im Kopf los, als wenn ein Strumpf röppelt, in der Masche aufrault. So ging das nach der Wirbelsäule zwei Stränge runter und in den Beinen runter und in den Armen und in den Finger. Und seitdem war ich erleichtert und sag, Mensch, da fühlst du dich so wohl. Und bin dann nach einer guten halben Stunde weggefahren, zurück wieder nach Bad Oeynhausen, das ist ungefähr gute 20 Kilometer entfernt mit dem Fahrrad. Dann noch nach Hause, was nochmal eine ganze Ecke war und meine Rückenschmerzen waren weg. Dann bin ich losgelaufen und habe Boxsprünge gemacht, wie man so sagte früher. Also haben wir immer gesagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und das ist alles weg. Ich habe dabei gesungen und ich sage, Mensch, was geht das toll. So etwas hast du noch nicht gehabt. So schön. Dann komme ich zu meinen Kollegen und die haben schon gewartet. Wie ist denn, was ist denn nun los? Ich sage, ich bin geheilt. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht wahr. Ich sage, ihr habt ja immer gesagt, ich soll hingehen. Jetzt ist es aber wahr. Ihr könnt es mir glauben, jetzt ist es nicht wahr. Dann haben sie jeden Tag gefragt. Hast du noch Kopfschmerzen? Nein. Die haben ja auch gesehen, wenn ich mich bückte, dass mir der Schweiß nicht mehr lief. Und dann war es weg. Und seitdem habe ich keine Kopfschmerzen. Bis heute nicht. Jetzt bin ich 80 Jahre alt und immer noch nicht. Und kam nach Hause. Und da saßen mein Vater und mein erster Mann, mit dem ich damals schon fest verbunden war, beim Schachspiel. Und meine Mutter kam auch gleich rein, weil ich natürlich nicht zur angegebenen Zeit nach Hause kam. Sondern ich kam nur ein bisschen später. Damals hatte man noch kein Telefon und nichts. Und war aufgeregt. Sie spürten das wohl. Also meine Mutter sagt, du hast geglüht, als du reinkamst. Im Nachhinein haben wir uns natürlich darüber unterhalten. Und ich habe dann zu ihr gesagt, es ist also was ganz Wunderbares passiert. Und alle drei schauten mich nur an und ich erzählte die Geschichte, so wie ich sie jetzt hier erzähle. Und da sagte mein damaliger Mann, mein erster Mann, ach, so ein Humbug. Und da spürte ich so richtig so den Zorn in mir aufsteigen, habe aber nichts gesagt. Ich habe mich umgedreht, bin rausgegangen und habe gedacht, er hat nicht recht. Meine Rückenschmerzen sind weg. Als Dankeschön habe ich ihm so Fressalien oder so was zu essen hingestellt. Er kriegt ja jeden Tag säckeweise Post an der Straße. Sie standen dann im Eingang. Und da habe ich das dann daneben gestellt. Mit Kaffee und Butter und Wurst und so weiter. In Herford fing es langsam an, dass die Post säckeweise ankam. Und wir eigentlich diese Post überhaupt nicht beöffnen konnten und bearbeiten konnten. Das war überhaupt nicht drin, weil überhaupt kein Personal dafür da war. Wir waren gar nicht mehr in der Lage. Das wurde in Säcke verpackt, in die Ecke gestellt, mehr oder weniger. Und es war auch nicht möglich, diese Post im Einzelnen zu bearbeiten. Aus ganz Deutschland richtet man Bittbriefe an Gröning. Sogar das Ausland meldet sich. Der Strom von Heilungssuchenden reißt nicht ab. Ja, ich wurde im Jahr 1943 am Bord eines U-Bootes verwundet. Mein linkes Ellbogengelenk wurde zersplittert. Und ich wurde dann ins Marine-Lazarett nach Stralsund gebracht, wo eine Operation stattfand. Nach der Operation stellte man fest, dass der Arm sich nicht bewegen ließ, dass er angewinkelt stehen blieb. Man versuchte mit einem Sandsack den Arm zu strecken. Durch den versteiften Arm wurde ich U-Boot's untauglich. Bis 1949 war es so, man kannte mich nicht anders. Mehrfach wurde ich nur noch genannt, der Mann mit dem einen Arm, weil es so aussah, als wenn ich links eine Prothese trug. Durch einen Vetter meiner Frau wurde ich auf Bruno Gröning aufmerksam gemacht, der mich bat, ich möchte doch für mein eigenes Wohl ihn mal aufsuchen, den Gröning. Er brachte mich auch dorthin. Gröning betrat den Raum. Er war kleiner, als ich mir vorgestellt hatte. Und sprach mit uns, indem er eine kurze Rede hielt, die religiös war. Und immer darauf hinwies, dass Gott ihm die Kraft gegeben hätte, zu helfen. Und dann fragte er uns, nachdem er ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten wohl gesprochen hatte, ob wir etwas fühlen würden. Ich musste es leider verneinen. Die anderen Herren, zwei waren es wohl, die hatten etwas gespürt. Der eine am Bein, der andere am Hals. Und ich habe dann das Haus Hützmar verlassen. Wurde zwar von Gröning aufgefordert, mich dann nochmal sehen zu lassen. Ich bin dann nach Hause gegangen. Und ich kam dann unten rein. Ich fühlte mich dort wohl unbeobachteter. Darum bin ich wohl unten in den Keller gegangen. Und nicht durch die Haustür. Und habe dann versucht, meinen Arm, der vorher so stand, seit Jahren gerade zu machen. Und er wurde gerade. Und habe dann nur geschrien. Er lässt sich bewegen, er lässt sich bewegen. Bin dann die zwei Treppen hoch, bis zu unserer Korridortür. Habe mit der rechten Hand immer gegen die Scheibe geklopft. Auf Klingeln gar nicht geachtet, sondern bloß gegen die Scheibe geklopft und immer gerufen. Ich kann ihn bewegen, ich kann ihn bewegen. Natürlich war es sehr kritisch. Ich wusste ja auch nicht, in welche Schublade ich das tun sollte. Von meinem Wissen her. Hypnose, Suggestion. Es gab so ein paar Schubladen, die ich immer dachte, da kann ich das doch irgendwo unterbringen. Was passt denn? Keine. Es war eben etwas völlig anderes, was ich eben zuvor noch nicht erlebt hatte und mit meinem Wissen nicht einordnen konnte. Das war nicht drin. Man konnte sich das nicht erklären. Wenn man einen Menschen jahrelang gesehen hat, der immer mit dem angewinkelten Arm rumgelaufen ist und auf einmal den Arm bewegen kann, dann taucht natürlich die Frage auf, wie kommt denn das? Und ich habe dann eigentlich immer für Gröning gesprochen und habe gesagt, ich hätte es nicht geglaubt vorher, bin aber durch meine eigene Heilung davon überzeugt worden, dass er etwas konnte, was eben die Mediziner nicht geschafft haben bei mir. Friedrich Sensmeier litt an einer chronischen Entzündung im Ischias-Bereich. Seit Monaten hatte er starke Schmerzen, konnte zuletzt nur noch mit einem Stock gehen, wurde arbeitsunfähig. Die Ärzte waren ratlos und stellten sich auf eine dauerhafte Lähmung ein. Sein Schwiegersohn erinnert sich. Die Behandlung hat sich natürlich über zwei Monate hingezogen, aber eine Besserung ist nicht aufgetreten. Bis dann der Punkt kam, wo er einfach sagte, ich kann nicht mehr laufen. Da wurden wir natürlich stutzig. Aber der Arzt konnte uns auch nicht sagen, wie es weitergehen soll und was wirklich ist. Herr Jakschitz sucht mit seinem Schwiegervater den Wilhelmsplatz in Herford auf. Bruno Gröning spricht wieder zu den Heilungssuchenden. Sie bleiben dort allerdings nur eine halbe Stunde. Friedrich Sensmeier hält das Ganze für Humbug. Am nächsten Tag kam ich nach Hause. Dann habe ich mir gesagt, meine Frau, ich habe eine Überraschung für dich. Ich sage, was ist denn jetzt passiert? Dein Schwiegervater steht im Garten und ist am Graben. Ich sage, tischst du nicht richtig? Ich war natürlich nicht so gemein, aber der war doch gestern noch todkrank. Er sagt, dann geh mal hin. Und ich musste, also einfach glauben wollte ich es nicht. Und er war tatsächlich am Graben. Ich sage, was machst du denn? Du wärst doch krank. Und er sagt, siehst du, ich bin am Graben. Ich habe keine Schmerzen. Ich sage, Opa, wolltest du uns jetzt was vormachen oder bildest du hier wirklich? Wenn ich dir sage, ich habe auch meinen Stock nicht. Ich sage, wo ist der denn? Ja, in die Küche. Wie bist du rausgekommen? Ich sage, im Garten so. Und da habe ich meine Schippe genommen, habe ich angefangen zu graben. Was ich jetzt unbedingt wissen wollte, war ja, hält das jetzt an oder nicht? Und nach ungefähr drei Monaten wieder nichts, gar nichts. Und er fing dann wieder an zu arbeiten. Da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Der Ansturm auf Bruno Gröning wird immer größer. Manche sehen in ihm einen neuen Messias, andere halten ihn für einen Scharlatan. Vor allem die Ärzteschaft erweist sich dem Phänomen Gröning gegenüber mehr als skeptisch. Mein Vater ist oder war Arzt. Und, na ja, also meine ganzen Freunde, Bekannten in der Nachbarschaft, sehr viele Ärzte, Söhne. Und da wurde zu Hause heftig diskutiert über den Scharlatan. Ganz klar, Schulmedizin hingegen, Wunderheiler, das kann nicht gut gehen. Ich bin ja auch oft mit ihm zusammen auf den Friedensplatz gegangen. Man traf dort sehr viele Ärzte, die das also beobachteten. Und natürlich kopfschüttelnd. Und das also eben mit einem gewissen Unverständnis, und vielleicht auch mit ein bisschen Konkurrenzneid, also da zur Kenntnis nahm. Also wir trafen sehr, sehr viele Söhne, eben meine Kumpels mit ihren Vätern. Und ich sage ja, ich kann es auch nicht ändern, aber es waren viele Ärzte dabei. Und die diskutierten auch. Und das war also absolut ablehnt. Da war also aber auch nicht so ein Fünkchen Verständnis da. Die Ärzteschaft macht der Stadt Druck. Der Oberbürgermeister spricht daraufhin, Bruno Gröning, am 3. Mai 1949 ein vorläufiges Heilverbot aus. Die Verwirrung um den sogenannten Wunderheiler spitzt sich langsam immer mehr zu. Er wiederum sucht unter anderem Superintendent Kunst auf, um mit ihm die Lage zu besprechen. Von ihm erhofft er sich Hilfe. Ich habe ihn insgesamt, glaube ich, 4-mal längere Zeit gesprochen. Ich habe ihn nicht für einen Scharlatan gehalten. Ich habe ihn für einen seriösen Mann gehalten. Unbezweifelbar war für mich, dass von ihm Kräfte ausgingen, die die Heilung beim Menschen bewirkten. Für mich war immer bestimmend bei solchen Dingen, dass Gott viele Weisen hat, den Menschen zu helfen. Am 13. Mai 1949 findet eine Konferenz der Stadtverwaltung Herford mit eingesetzter Ärzte-, Prüfungs- und Kontrollkommission statt, die über den Fall Gröning berät. Anwesend sind Oberstadtdirektor Meister, Superintendent Kunst und hochrangige Mediziner. Das Gespräch war nicht vor einer betonten Freundlichkeit. Selbstverständlich brachten die Herren auch ein großes Misstrauen. Wir sind dann auseinandergegangen. Dann hat die Stadt gehandelt, wie sie glaubte, handeln zu müssen. Das grundsätzliche Heilverbot gegen Bruno Gröning wird aufrechterhalten. In diesen Tagen stürmen viele Heilungssuchende das Rathaus von Herford. Er selbst folgt den Hilferufen anderer Menschen in die umliegenden Städte. Als Kind habe ich Beschwerden gehabt mit dem Herzen. Und zwar war das dann hinterher so schlimm, dass ich also nächtelang gesessen habe im Bett. Meine Mutter hat dann öfters auch mal einen Arzt nachts gehabt, weil ich drohte zu ersticken. Und der Arzt, Dr. Kampsmeier aus Hittenhausen, der hat dann also eine Diagnose gestellt, also das ist ein Herzklappenfehler. Und dass ich also da mein Leben lang drunter leiden müsste. Und ich durfte also auch zu der Zeit keinen Sport machen in der Schule. Ich war also immer irgendwie im Abseits da, wenn es um Sport ging. Und dann bot sich dann die Gelegenheit, es war also so schlimm, dass ich also gedacht habe, das dauert nicht mehr lange. Und dann bot sich dann die Gelegenheit bei Bruno Gröning. Und ich bin dann auch da reingekommen in dieses Haus, wo er hier in Sonnen an der Unteren Wiesenstraße war. Und dann habe ich geweint, weiß ich noch genau. Und habe gesagt, Herr Gröning, bitte, können Sie mir auch helfen? Ich habe es mit dem Herzen und so. Und dann sagt er, ja, mein Sohn, sagt er, ja, mein Sohn, hat er die Hand hier auf meine Brust gelegt, auf den Kopf, du kannst jetzt gehen, du bist jetzt gesund. Dann bin ich rausgegangen, habe geweint, meine Mutter stand draußen, habe gesagt, Mutter, ich habe jetzt nichts mehr mit dem Herzen. Und dann habe ich geweint, und es war tatsächlich vorbei. An dem Tag war es vorbei. Ich habe geschlafen, und bis zu meinem heutigen, vom 14. Lebensjahr, bis ich werde im nächsten Jahr, werde ich 60. Ja, das ist also, ich habe wieder Sport gemacht. Zum Beispiel war es damals bei uns in der Schule so, wir spielten Schlagball, und dann habe ich wieder Sport betrieben. Es war nichts, es war nichts mehr. Es war wirklich nichts mehr. Es hat angehalten. Es hat einfach angehalten bis heute. Also meine Mutter hatte Lungenembolie, und mit ihrem Stuhljank hatte sie immer Schwierigkeiten. Und jetzt lag meine Mutter schon sechs bis sieben Wochen, und es war kein Stuhljank aufscheiden. Es war Folgendes, dass die Ärzte Einlauf gegeben haben, aber es rührte sich nichts mehr. Also der Darm war tot, war abgestorben, kann man sagen. Und so war meine Mutter so aufgeschwollen, die hatte einen Bauch bekommen. Können Sie sich ja vorstellen, wenn das seit sieben Wochen gar nichts mehr rausgekommen war. Und so hat sie die Ärzte aufgegeben, die konnten weiter nichts machen. Jetzt, wie Herr Gröning da nun bei uns war, sagte er auch zu mir, holen Sie mal ein Glas Wasser. Ja, und ich an der Pumpe habe Wasser geholt. So, Frau Räger, jetzt trinken Sie mal ein, zwei Schluck. Ja, und Mutter trank. So, sagt er, wissen Sie, was Sie jetzt getrunken haben? Ihr neues Blut, was jetzt durch Ihre Ader rinnt. Bruno Gröning betont des Öfteren, dass das Blut der Menschen verseucht sei. Er wiederum könne es durch die Kraft Gottes umwandeln und so die Heilung ermöglichen. Und wie ich einen anderen Tag nach Hause kam, Vater war von der Arbeit zu Hause geblieben. Dann erzählte er, was ich ihm meinen, sowas habe ich in meinem Leben noch nie mitgemacht, sagte er. Ich habe ungefähr so sieben Becken voll, was bei Mutter welche gekommen ist. Und alles raus, hat sich da alles gereinigt. Und dann sagte mein Vater, Herr Gröning, was ist meine Schulding jetzt? Gar nichts, sagt er. Es ist nur so, die Ärzteschaft ist schon auf Ruhr und die sind gegen mich und können das nicht verstehen, dass die Kranken geheilt werden und die Schulmedizin versagt darauf. Aber er war ganz ruhig und nicht, dass Bruno gehässig war, der Erste. Nur, sie wollen mich beiseite schaffen. Und wenn sie dann einen Tatsachenbericht schreiben, so schriftlich, dann hat Vater am anderen Tag vier Seiten geschrieben. Bruno Gröning legt besonderen Wert darauf, sein Wirken zu dokumentieren. Viele Dankes-Schreiben und Heilungsberichte aus dieser Zeit bleiben dadurch erhalten. Anderen Tag kam der Arzt wieder. Es kamen ja jeden Tag und die Krankenschwester. Und schauten, der Arzt, tut das Bett weg, setzte sich hin, Frau Graf Ahn, dass sich die Krankheit so mit einem Male bricht, das habe ich noch nicht mitgemacht. Und so waren wir überglücklich und meine Mutter hat noch 20 Jahre gesund gelebt, wo wir alle dankbar waren. Am 7. Juni 1949 wird Bruno Gröning ein totales Heilverbot für ganz Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Seine Mitarbeiter Egon Arthur Schmidt und Erich Kuhlmann benachrichtigen die Menschenmenge. Für Gröning wird die Situation immer schwieriger. All seine Bemühungen, zu den Heilungssuchenden sprechen zu dürfen, scheitern. Also aufgebracht wurden die Leute, wie das Heilverbot kam, was ja dann dort bald passierte. Die Auseinandersetzung mit dem Stadtdirektor, glaube ich, hieß das damals dort, mit der Polizei. Und dann haben die Leute natürlich protestiert, dass man ihm seine Tätigkeit verbieten will. Es war also immer alles in Bewegung eigentlich. Egon Arthur Schmidt, der die Geschehnisse der Herforder Zeit im Buch Die Wunderheilungen des Bruno Gröning dokumentiert, schreibt über die dramatische Entwicklung dieser Tage? Trotz des Verbotes kamen von weit her immer neue Heilungssuchende. Der Druck dieser in tiefer, körperlicher und seelischer, notbefindlichen Menschen auf die Behörden wurde immer stärker. Fast täglich bildeten sich Abordnungen, die sogar zur Privatwohnung des stellvertretenden Oberstadtdirektors Wöhrmann gingen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich erteile Gröning für heute Abend eine Heilerlaubnis. Röhrmann gelingt es, die Menschenmenge zu beruhigen und zum Abzug zu bewegen. Doch die Hoffnung und Freude der hilfesuchenden Menschen hält nicht lange an. Bereits am nächsten Tag ist das Verbot wieder wirksam. Gröning sind endgültig die Hände gebunden. Seine Enttäuschung über das Unverständnis seiner Person und seinem Wirken gegenüber ist groß. Er zieht die Konsequenz und verlässt Herr fort, jedoch nicht ohne einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Ja, er hat eigentlich eine Epoche auf diesem Gebiet eingeleitet, würde ich sagen. Es war also mit wenigen geringen Ausnahmen abgesehen, eigentlich niemand, ich wusste niemand, der überhaupt geistige Heilung ausführte. Und er war eigentlich ein Pionier auf dem Gebiet. Er hat einen Stein ins Rollen gebracht. Man kann das ganz genau verfolgen, wie plötzlich das zum Thema wurde und diskutiert wurde, was ja vorher überhaupt nicht der Fall war, außer in einigen theosophischen, anthroposophischen Schriften und damals auch an esoterischen Dingen, die es ja schon mal gab. Das war es dann aber auch. Aber er brachte das ja an die Öffentlichkeit. Es wurde ja ein öffentliches Diskussionsthema und auch wo sich dann nachher Wissenschaftler mit beschäftigten. Das fing damit an, dass meine Frau in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift einen Artikel über Gröning und das, was er tat, gelesen hat. Sie gab mir diesen Artikel und sagte, du, das wäre doch, das sollte vielleicht doch eine Reportage gemacht werden, die wir in der Revue veröffentlichen könnten. Nun waren wir ja nicht die Redakteure, sondern die Verleger, aber dennoch war die Redaktion sehr interessiert daran, unseren Vorschlag zu akzeptieren. Es kommt zu ersten Kontakten mit Gröning. Die Korrespondenten der Revue, Heinz Bongartz und Helmut Lauchs sollen sich von journalistischer Seite der Sache annehmen. Die Revue entschließt sich zur wissenschaftlichen Klärung des Phänomens Gröning beizutragen. In der Heidelberger Ludolf-Krehl-Klinik unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Weizsäcker soll die Heilmethode des Wunderdoktors erforscht werden. Vor allem ist der Marburger Psychologe und Mediziner Prof. Dr. H. G. Fischer für die wissenschaftlichen Untersuchungen zuständig. Bruno Gröning wird bei positiven Verlauf ein Gutachten in Aussicht gestellt. Damit soll ihm der Weg zu freiem Wirken ermöglicht werden. Es sollte ja hier getestet werden, kann er heilen oder nicht. Darum ging es ja. Es sollte ein absolut klinischer Test sein. Nicht die Beweisführung seiner Heilfähigkeit. Darum ging es. Und da hat er zugesagt. Er hat gesagt, ja, das mache ich. Und wir kamen in eine Villa in Heidelberg in eine Art Klausur. Das heißt, es war ihm nicht erlaubt, irgendwo anders Heilungen durchzuführen, sondern nur von den Patienten, die ihm von der Universitätsklinik zugeführt wurden. Das Phänomen Gröning wird grundsätzlich erst einmal in Frage gestellt. Im Mittelpunkt steht vor allem die wissenschaftliche Überprüfung. Herr Kindler zeigt sich jedoch sehr schnell von Bruno Gröning beeindruckt. Nun ja, ich glaube, der Dünkel einer Gruppe von Ärzten, die erstens aufgrund ihrer akademischen und schulischen Ausbildung glauben, sie wüssten alles besser, jedenfalls auf dem Gebiet der Menschen der Krankheiten. Die waren und die sind, waren natürlich fassungslos, dass es hier einem Menschen gelang, dass er eigentlich ohne sein eigenes Zutun so bestürmt wurde, dass er nicht fünf Patienten hatte und nicht zwanzig und nicht fünfzig und nicht hundert, sondern tausende von Patienten auf diesen Mann einströmten. Das ist ja für für einen Arzt schwer zu begreifen, ist ja auch schwer zu begreifen, wirklich, und für die besonders. Der hatte aber, ich glaube, auch keine Heilpraktika-Ausbildung, er hatte eben überhaupt keine, er war nicht dumm, er war intelligent, er war kein Intellektueller, aber er war intelligent und nicht dumm und konnte auch sich klar ausdrücken und verständlich ausdrücken und wie gesagt, war auch bemüht, mit jemandem zu reden, aber nicht, war aber kein Schwätzer wiederum, das will ich um Gottes Willen nicht damit sagen, gar nicht, das würde ja zu seiner Bescheidenheit auch nicht passen. Nein, 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 also da würde ich glauben, dass die Ärzte eben gesagt haben, also das ist ja doch alles nicht zu glauben, aber also schließlich, das müssten wir ja besser können als er und nun wollen wir ihn mal hier ins Nebenzimmer sperren und wollen mal unsere Patienten kommen lassen und dann kann er ja mal dazukommen und dann werden wir jetzt schon noch dahinter kommen, was da los ist. Das ist vielleicht doch nur ein Scharlatan, das ist vielleicht doch nur alles Zufälle, das ist vielleicht doch nur alles Massensuggestion. Würde ich aber nicht glauben. Aus hunderten von schriftlichen Anfragen werden Patienten aus der Ludolf-Krehl-Klinik ausgewählt. Danach wurden diese Patienten in diese Villa gebracht, später wurden im Kreis gesetzt, er stand in der Mitte, es waren damals riesige Tonbandgeräte, es wurde alles per Tonband aufgenommen, war in einem Nebenraum, es war sehr viel technischer Aufwand, ist nicht so einfach wie heute und mehrere Ärzte waren rundherum, die Blutdruckpuls gemessen haben und dann fing Bruno Gröning an. Ich kann mich aber nur an einen Fall entsehen, das war eine Patientin, die eine chronische Überstopfung, also eine Observation hatte, der scheinbar auf klinischem Weg nicht beizukommen war und während der Behandlung ging das schon los, musste sie schon raus. Der Erfolg von Elsie Joost wird als außergewöhnliches Ereignis in den Zeitungen publik gemacht. Am beeindruckendsten ist jedoch der Fall Strobl. Seit Jahren hatte er die Bechterewsche Krankheit, was zur völligen Versteifung der Wirbelsäule führte. Außerdem plagten ihn starke Schmerzen beim Gehen und Steigen. Innerhalb kürzester Zeit ist der Schmerz frei und kann sich frei bewegen. Herr Zelter war ebenfalls ein Patient in Heidelberg. Professor Dr. Weizsäcker selbst stellte eine schwerwiegende Nervenerkrankung und eine chronische Rückenmarksentzündung bei ihm fest. Herr Zelter konnte sich nur wenige Minuten auf den Beinen halten, brach nach kurzer Zeit zusammen. Man gab ihm noch fünf Jahre zu leben. Eines Abends saßen wir im Kreis in der Halle und da stand er plötzlich auf, sagte gar keinen Ton, ging da raus und ich guckte, guckte, wo gehst du da hin? Und da ging er also diese breite, hohe Wendetreppe bis zum ersten Stock. Das war ein durchgehendes, gebautes Haus und das ging der also vollkommen alleine wie ein ganz gesunder Mensch. Das konnte er nicht, als er dort hingefahren ist, die Haustreppe. Und kam auch wieder, ohne anzuhalten, ging der also, der tänzelte die Treppe runter und hat bis 65 Jahre einen ganz normalen Dienst ausgeübt. Ganz normal. Die Ärzte zeigen sich beeindruckt. In der Revue äußert sich Prof. Dr. Fischer in einem Vorgutachten sehr positiv zu den Geschehnissen der Heidelberger Untersuchungen. Die offensichtlichen Heilerfolge Grönings führt er auf eine Naturbegabung zurück. Er versucht allerdings alles aus psychologischer Sicht zu erklären, obwohl beispielsweise die Heilung der Bechterewschen Krankheit im Fall Strobl kaum in dieses Gebiet einzuordnen ist. Er sagt, Bruno Gröning ist kein Scharlatan, kein Hypnotiseur, kein Wunderdoktor, sondern ein begabter, nichtärztlicher Psychotherapeut. Er bemüht sich aus kindlich, naturhaftem und auch religiös begründetem Mitgefühl heraus, den Menschen in ihren seelischen menschbedingten Leiden zu helfen. Er maßt sich nicht an ein Prophet oder Messias zu sein. Er hat aber ein gläubiges Sendungsbewusstsein. Prof. Dr. Fischer macht Gröning daraufhin ein Angebot, auf das er jedoch nicht eingeht. Gröning will sich und seinem Weg treu bleiben und sich nicht einengen lassen. Er schreibt später rückblickend dazu, Es sollten mir Heilstätten zur Verfügung gestellt werden, in denen auch Ärzte tätig sein sollten. Dies deshalb, um alle Fälle genauestens kontrollieren zu können, um weitere Bestätigungen nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch der Medizin gegenüber zu erhalten. Herr Prof. Fischer verlangte von mir aber ein Gehalt von monatlich über 3000 D-Mark, dazu hohe Tagesspesen. Und außerdem sollte ich mich verpflichten, an Herrn Prof. Fischer 30% aller Betten abzutreten, und zwar deshalb, weil, wie er mir später erklärte, er die 30% aller Geheilten als von ihm geheilt, das heißt, um diese 30% aller Geheilten auf seinen Namen und auf die Wirkung der Psychotherapie verbuchen zu können. Ich habe mich mit diesem Vorschlag von Herrn Prof. Fischer nicht einverstanden erklären können und ihn abgelehnt deshalb, weil ich erstens über keinen Pfennig Geld verfügte, so dass ich ihm gegenüber meinen finanziellen Verpflichtungen nicht hätte nachkommen können, zweitens nie daran gedacht habe, aus dem ganzen Vorhaben ein Geschäft zu machen. Einige Ärzte und Professoren, also alle Namen habe ich mir auch nicht gemerkt, die wollten ja den Gröning für ihre Patientenbehandlung gewinnen, aber das ist dann natürlich auf Profit ausgegangen und das hat der Gröning einmal gesagt, wer diese Begabung bekommen hat, der darf, das ist eine Gabe Gottes und das darf nicht verkauft werden. Sobald ich das Geld annehme, erlischt diese Gabe. die ablehnende Haltung Grönings wird negativ ausgelegt. Ein versprochenes Gutachten erhält er nicht. Plötzlich heißt es, man hätte sein Geheimnis entdeckt. Gröning bleibt unverstanden. Das Experiment der Zeitschrift Revue ist beendet. Wir machten ja nicht nur Illustrierte, sondern begannen damals auch schon den Buchverlag zu installieren und Sie sehen ein bisschen, was der gemacht hat. Er hat sich natürlich sehr für Psychologie interessiert. Da gibt es ein 15-bändiges Werk, die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Also mir sind die Themen schon vertraut, aber Gröning ist eine Einmalerscheinung. Keiner psychotherapeutischen, psychologischen Schule einzuordnen. Darum sage ich. Ich denke, er war ein tief religiöser Mensch. Hatte aber auch den Eindruck, dass eine Gruppe von Ärzten, ich will das nicht verallgemeinern, aber eine Gruppe von Ärzten ihn benutzen wollte und ihn benutzt hat und sein Wissen ausgebeutet hat, aber sein Wissen war ja nicht zu ergründen. Also Lernen und das Gleiche zu schaffen, wie er geschaffen hat, das konnten sie nicht. Es bleibt ein Geheimnis. Bruno Gröning sagt einmal in diesem Zusammenhang, Es ist arg, dass gerade die Menschen, die nichts erfassen, sich für wissend halten und daher nicht erfassen können, was Wissen ist. Dass der Weg der Wissenschaft nicht hundertprozentig richtig war, beweist alleine die Zahl der Wissenschaftler, die das Gefühl verdrängten und dafür den Verstand sprechen ließen. Mit dem Verstand kann ich bestimmt nicht verstanden werden. Eines Tages suchte er uns auf, um sich mit uns über das, was er vorhat oder nicht vorhat zu beraten. Und wir hatten damals ein Haus in München, Harlaching, mit einem großen Garten. Das Haus diente damals auch noch gleichzeitig als unser Verlagshaus. Dort erschien er, aber noch bevor er erschien, an einem Tag, ich weiß den Wochentag nicht mehr, sagen wir um 3 Uhr waren wir bei uns verabredet, sollte er kommen, aber schon ab 1 Uhr oder 2 Uhr versammelten sich Menschen, die in unser Haus wollten. Aber das versuchte ich zu verhindern, weil ich wollte ja nicht ihn in Verlegenheit bringen. Außerdem war auch die Polizei erschienen, die wohl dafür sorgen sollte, dass er dort nicht etwa auftritt. Ja, also die standen vor dem Tor, das Tor haben wir zugemacht, weil wir eben an dieses Verbot dachten und keine Schwierigkeiten für uns, aber vor allem für Gröning nicht bekommen wollten. Wir wussten ja, dass er schon genug Schwierigkeiten hatte. Als er dann um 3 Uhr kam und das Tor aufging, sind die Menschen, die inzwischen zugenommen hatten, doch hineingeströmt in den Garten. Das hat auch die Polizei nicht verhindert und wir natürlich auch nicht, denn wir hatten ja wiederum kein Interesse daran, Menschen vor den Kopf aufzustoßen. Das war ohnehin ein etwas unschöner Gedanke, der uns da beschäftigte, dass da Menschen standen, die man nicht reinließ. Nun gut, also sie kamen und sie waren im Garten und mit Gröning gingen wir aber ins Haus, setzten uns, meine Frau, er und ich und zu dritt führten wir ein sehr intensives Gespräch, an dessen Einzelheiten ich mich nach so langer Zeit und nach Gesprächen mit so vielen Menschen nicht erinnern kann, aber der Eindruck war, der ein bescheidener, glaubwürdiger, gutartiger, hilfsbereiter Mann sitzt dort, dem wir gerne beistehen würden, soweit das überhaupt in unseren Möglichkeiten lag. Und ich erinnere mich an eine Kleinigkeit, dass ich wohl so da saß mit übergeschlagenen Beinen und ich weiß nicht, wie das Gespräch auf Körperfunktionen kam und er sagte, er würde sich erlauben zu sagen, man sollte das vielleicht, ich sollte das vielleicht nicht tun, das wäre für den sehr organisch nicht gut, es wäre besser, ich würde mich so ungezwungen hinsetzen. Ich glaube, er könnte recht haben. Ja, und dann schließlich ging das Gespräch natürlich darum, dass er eben dieses Verbot hatte, grundsätzlich, was kann man machen, welcher Anwalt kann sich damit beschäftigen und so weiter, aber vor allen Dingen, was soll ich rausgehen und den Menschen sagen, bitte geht wieder nach Hause, ich sage, so können wir mit den Menschen nicht umgehen und das war auch seine Meinung. Er sagt auch, ich kann mich davon nicht frei machen, dass Menschen mit mir sprechen wollen, aber wiederum muss ich mich an das Verbot halten, also ich werde hinausgehen und einiges sagen, dass ich eben nichts sagen kann und so geschah und so geschah es. Ich brachte ihn hinaus, wir hatten einen großen Swimmingpool, einen quadratischen im Garten, der aber ohne Wasser, der nicht gefüllt war zu der Zeit. Und an einer Stelle dieses Passants gab es eine kleine Treppe zu einer kleinen Erhöhung, zu einem kleinen Gartensitzplatz. Dorthin brachten meine Frau und ich ihnen die Erwartung, dass er jetzt die paar Stufen hinaufgehen würde, um von da aus zu der umstehenden, um den Bassin stehenden Menge zu sprechen, zu sagen, wie leid es ihm tut. Aber siehe da, er blieb stehen, ging nicht die paar Stufen hinauf, er ging die paar Stufen hinunter in den Swimmingpool, in den trockenen Swimmingpool. Das fanden wir, das hat uns sofort sehr berührt. Und ich muss sagen, ich finde es auch psychologisch so interessant, dass er nicht von oben, wie wir angenommen haben, zu den Menschen spricht, sondern dass er hinunter geht und nach oben zu den ihn umgebenden Menschen spricht. Es war eine große Stille und er sagte eben, wie sehr er bedauert und wie sehr er hoffert, dass sich das wieder ändern würde, dass er doch sich Patienten widmen dürfe, aber heute dürfe er das noch nicht und man müsse verstehen, dass er hier nicht gegen dieses Verbot handeln dürfe. Dann aber sagte er, er möchte sich also verabschieden und nun zielte er doch auf Menschen, die besonders seiner bedürftig waren, auf den Waren und in den Rollstuhl. Und dem gab er die Hand und wünschte ihnen gute Besserung und siehe da, einer von Menschen, die auf den Waren lag, erhob sich und sagte, es geht mir gut und aus den Rollstühlen nun gut, in Rollstühlen sitzen ja oft Menschen, die nur zeitweise, die gehbehindert sind. Also jedenfalls standen auch da von den Rollstuhlinhabern einige auf und es war erschütternd, das mit anzusehen. Neben mir stand ein Arzt, der stellte sich mir vor und sagte, als Arzt schämt man sich ob seiner Hilflosigkeit. immer mehr Menschen stellen sich in der Folgezeit die Frage nach Grönings Herkunft. Dazu schreibt er in verschiedenen Lebensläufen. Ich wurde als viertes Kind von sieben Geschwistern des Ehepaares August und Margarete Gröning am 30. Mai 1906 in Danzig-Oli war geboren. Während meiner Kindheit und Jugendzeit machte ich immer mehr die Feststellung von sonderbaren Fähigkeiten, die von mir ausgehend dazu angetan waren, beruhigenden oder heilenden Einfluss auf Menschen und Tiere auszuüben. Mein Verhältnis zum Elternhaus war sonderbar und gespannt. Jedenfalls dauerte die Gefangenschaft im Elternhaus nicht lange, da ich sehr schnell und oft mich aus dieser befreite. Der Wald und meine Freunde, die Tiere, waren so stark, dass sie mich immer wieder zu sich anzogen. Hier erlebte ich Gott, in jedem Strauch, in jedem Baum, in jedem Tier ja selbst in den Steinen. Es dauerte nicht lange und ich fühlte mich geborgen, denn hier war ich nicht so alleine. Ich habe auch als Kind die Feststellung machen können, dass Tiere, die für gewöhnlich als scheu oder auch als bösartig galten, sich mir gegenüber gutmütig und zahm zeigten. Ich sprach zu allen Tieren. Kurz, wir verstehen und sinnen und immer war es mir, als weitete sich mein ganzes inneres Leben in eine Unendlichkeit hinein. Im Elternhaus brauchte man dem kleinen Bruno immer weniger Verständnis entgegen. Oftmals erhielt er Schläge und wurde als Spinner abgetan. Bruno ist mein Cousin und meine Eltern erzählten das. Er war als kleiner Junge irgendwie schon ein Sonderling, wie man so sagt. Er ist viel im Wald spazieren gegangen und fing dann auf einmal an zu Hause Brot zu sammeln. Und die Eltern wunderten sich warum. Und er hat gesagt, er muss das Brot sammeln und trocknen und dann wollte er das im Wald vergraben und weil er glaubte oder hat das auch gesagt, dass ein Krieg kommt, dass sie später was zu essen haben. Und die Eltern haben sich gewundert, dass er so reagiert und haben nicht allzu viel darauf gegeben, weil er ja sowieso ein bisschen anders war als seine anderen Geschwister. August Gröning äußerte sich in einer eidesstattlichen Erklärung im Jahr 1949 über seinen Sohn Bruno. Sogar besondere Ereignisse konnte er voraussagen. Anfang und Ende des Krieges 1914-18. Auch den Tod seiner Mutter sah er im Voraus. Ebenso den Anfang des Krieges 1939-45. Alles hat er gesehen und vorausgesagt. Hinzu kommt noch eine Eigenschaft, die es ihm ermöglichte, Menschen von Krankheiten und Leiden zu heilen. Und das ist sehr interessant für uns auch gewesen, über solche Sachen auch zu hören, wie ein kleiner Bub gewesen ist. Schon seine Mutter ist mit ihm in Krankenhäuser gegangen, weil die Patienten verlangt haben, bring doch den kleinen Bruno mit. Wenn der zu uns kommt und hier sitzt und mit uns spricht, kommt eine so tiefe Ruhe über uns und wir fühlen uns ganz besser. Mutter, kannst du mich noch hören? Oma, du wirst nicht sterben, du bist gesund. Bruno Gröning erwähnt weiter in seinen Lebensläufen. Bereits als Kleinkind wurden in meinem Beisein kranke Menschen von ihren Beschwerden frei. So wurde ich laufend von Kranken direkt angezogen. Ich besuchte die Volksschule. Nach der Entlassung aus dieser ging ich in die kaufmännische Lehre. Hier war ich zweieinhalb Jahre. Diese Lehrstelle musste ich aber auf Verlangen meines Vaters deshalb aufgeben, weil es meines Vaters Wunsch war, dass ich ein Bauhandwerk erlernen sollte. Ich folgte dem Wunsche meines Vaters und erlernte den Zimmerer Beruf. Zu einem Abschluss durch eine Prüfung kam es jedoch nicht, da zur damaligen Zeit in Danzig große Arbeitslosigkeit herrschte. Aus diesem Grunde musste ich ein Vierteljahr vor Beendigung der Lehrzeit ohne Abschlussprüfung meine Lehrstelle aufgeben, denn die Firma, bei der ich lernte, musste wegen Mangel an Aufträgen schließen. Dass Bruno Gröning in den Wirren der damaligen Zeit keinen Berufsabschluss machen konnte, warf man ihm später oftmals vor und deutete es als Zeichen von Labilität und Unvermögen. 1925 gelang es dann dem 19-Jährigen eine Bau- und Möbeltischlerei zu errichten und sich selbstständig zu machen. Er konnte den Betrieb zwei Jahre aufrechterhalten, war dann aber aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Situation in Danzig gezwungen, ihn wieder aufzugeben. Danach bemühte er sich, wie viele andere auch, in der schwierigen Zeit zwischen den beiden Weltkriegen so gut es ging, sein Geld zu verdienen und war sich für keine Arbeit zu schade. Alle diese Arbeiten habe ich mit Interesse verrichtet und besonders lag mir daran, ein Praktikum durchzumachen, wobei ich das Wissen und Können der Menschen in allen Lebenslagen und allen Volksschichten studieren konnte und erfuhr, wie die Menschen ihr Leben gestalteten. Ich suchte nicht nur die Ärmsten der Armen, sondern auch die Reichsten der Reichen auf, um kennenzulernen, wie sie lebten. Max Brun, ein früherer Freund Grönings, erinnert sich. Es war im Jahre 1931, als ich dringend für meine Familie einen Wohnraum suchte. Der Weg führte uns in das Haus in Danzig lang vor Ringstraße 77 2. In dieser wurden wir dann aufgenommen und erhielten von der Zweizimmerwohnung, die von Bruno Gröning bewohnt wurde, ein Zimmer ab. Bruno Gröning hat schon damals nie an sich gedacht, sondern sein oberstes Gebot galt seinen Mitmenschen, ihnen zu helfen und neue Kraft zu geben. Es war ihm gleich, ob jemand ein Anliegen auf Gesundung hatte oder andere Hilfe brauchte. Oft wurde er schon damals zu Kranken gebeten. Aber nie hat er, ganz gleich was es war, auch nur einen Pfennig dafür genommen. Im Gegenteil, er hat sogar noch sein letztes Geld, was er besaß, diesen Menschen gegeben. Einiges möchte ich aber besonders noch hervorheben. Und zwar handelt es sich um das Weltgeschehen, wie es sich in den vergangenen Jahren abgespielt hat. Dazu auch die Teilung Deutschlands. Selbst der Beginn und der gesamte Verlauf des Krieges ist haargenau eingetroffen, wie es Bruno Gröning uns vorhergesagt hat. Ernst Kohn bezeugte ebenfalls Grönings außergewöhnliche Fähigkeiten. Herr Bruno Gröning hat schon früher vielen Menschen durch seine Strahlung geholfen und Prognosen gestellt, die stets zutrafen. Bruno Grönings Heilkraft habe ich schon in ihrer Wirkung in den Jahren unserer Nachbarschaft in Danzig-Langfuhr verspürt. Ich bin oft von Schmerzen befreit worden. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war Bruno Gröning mittlerweile 33 Jahre. Er selbst sah den Krieg als eindeutiges Zeichen dafür, wie weit der Mensch sich von Gott entfernt hat. In seinen Lebensläufen erinnert er sich. 1943, im Alter von 37 Jahren, wurde ich zur Wehrmacht einberufen. Wegen meiner Auffassung kam es zu Reibungen. So wurde mir zum Beispiel das Kriegsgericht in Aussicht gestellt, denn ich hatte die Äußerung getan, ob ihr mich an die Front stellt oder nicht. Ich erschieße doch keinen Menschen. Bruno Gröning geriet am 5. März 1945 in russische Kriegsgefangenschaft. Auch hier soll er viele Mitgefangene geheilt haben. Da er gegenüber der Lagerleitung kein Blatt vor den Mund nahm und sich für bessere Lebensbedingungen seiner Mitgefangenen einsetzte, galt er als aufsässig. Einige wenige russische Offiziere, wie Gröning später berichtete, hielten jedoch zu ihm und bewahrten ihn davor erschossen zu werden. Er hat mir einmal gesagt, wie ich in Russland in Gefangenschaft war, habe ich vielen meiner Kameraden das Leben leichter gemacht und die Russen selber sind zu mir gekommen und haben gesagt, sie sind ein zweiter Rasputin. Ich habe Herrn Leis, der auch im Gefangenenlager von Bruno Gröning war, gut gekannt. Und er bestätigte, dass Bruno Gröning damals schon vielen geholfen hat, indem sie Besserungen und Gesundheit erfahren haben und hat vieles mit ihm erlebt. Auf der Heimfahrt von der Gefangenschaft im Eisenbahnwaggon ist mir der Bruno Gröning begegnet. Da sind wir sogar nebeneinander gelegen. Nicht gleich, aber dann, das weiß ich auch nicht wann, aber auf einmal hat man dann erzählt, was er alles kannte, dass er so ein Wunderheiler ist und hat er mir allerhand erzählt, was er alles machen wird. Und wir sind dann auseinander gegangen dann habe ich gesagt, ich habe mir noch mal so Sachen erzählt, dann habe ich gesagt, du spinnst ja, du hast einen Vogel. Im Dezember 1945 wurde Gröning aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Er kam nach Dillenburg und holte seine Frau zu sich. Sie wollte jedoch nichts von seinen Heilfähigkeiten wissen und stellte ihm kurze Zeit später vor die Wahl, dass er entweder nur für sie da sein solle oder für die Hilfesuchenden. Dadurch kam es zur Trennung. Bruno Gröning schreibt weiter in seinen Lebensläufen. In Westdeutschland habe ich zusammen mit Flüchtlingen das Hilfswerk der Vertriebenen ins Leben gerufen. Abgehörte ich der Wohnungskommission an, denn ich fühlte mich wiederverpflichtet den Menschen zu helfen. Der Krieg hatte überall tiefe Spuren hinterlassen. Die verheerenden Folgen wurden jetzt erst sichtbar. 17 Stunden unentwegter Angriff. Die Menschen lagen nur noch am Boden. Dann hatte ich am nächsten Tag oder noch in der Nacht eine gelähmte Hand. Ich konnte den Löffel nicht mehr zum Mund führen. Der Schreck, verstehen Sie? Und nicht, dass ich geweint habe über den Verlust der Haare. Man muss überhaupt froh sein, dass man nicht verbrannt ist im Haus selber. Und diese gelähmte Hand wurde zwar behandelt, wir haben alles gemacht, was möglich war, aber sie war immer noch gelähmt. Nach den turbulenten Tagen in Herford und den wissenschaftlichen Untersuchungen in Heidelberg wird Bruno Gröning im August 1949 von Herrn Havard auf sein Gestüt, den Traberhof bei Rosenheim, eingeladen. Hier will er sich vorerst zurückziehen, um dem Trubel um seine Person aus dem Weg zu gehen. Zunächst gelingt es, seinen Aufenthalt geheim zu halten. Nachdem jedoch die ersten Zeitungen über seine Ankunft in Bayern berichten, spricht es sich wie ein Lauffeuer herum. Na, das sieht doch schon ganz gut aus, Frau Bernhard. Ich denke, mit den Tabletten haben wir das bald im Griff. Aber ich nehme sie doch schon so lange. Ich weiß schon, Frau Bernhard, vertrauen Sie mir nur. Also, gute Besserung und schauen Sie nächste Woche noch mal rein. Vielen Dank, Herr Doktor. Heinz, ich muss dich unbedingt sprechen. Herr Fritz, du kannst doch nicht einfach... Du glaubst gar nicht, was mir passiert ist. Was ist denn los? Ich war heute in Rosenheim am... Setz dich erst mal. Also, ich war heute in Rosenheim am Traberhof. Du glaubst gar nicht, was da los ist. Da waren tausende Menschen und der Gröning, der sprach. Ach Gott, der Gröning. Fängst du schon wieder damit an? Da waren so viele Kranke in Rollstühlen, auf Tragbaren und plötzlich, plötzlich sind da welche aufgestanden. Na, hör aber auf. Doch, die konnten wieder laufen. Fritz, Fritz, komm zur Vernunft. Das ist doch alles nur gespielt. Ich hab's doch selbst gesehen. Die werden bezahlt. Die spielen doch nur die Geheilten. Lass dir doch nichts vormachen. Wie ich in München habe ich sofort angefangen zu telefonieren zum Traberhof. Das Glück war, dass Herr Kuhl mal am Telefon war. Ich sagte ihm, mich würde das interessieren, als Heilpraktikerin, als Schülerin vom Dr. Schmidt. Dann hat er gesagt, wir sind glücklich, wenn diese Menschen kommen und uns prüfen. Na ja, es kamen immer mehr Menschen, immer mehr Menschen, bis es da mal Tausende waren, schätzungsweise bis Fünftausend, das lässt sich schwer abschätzen. Und dann passierten dorthin eben auch, also vielleicht noch in größerem Ausmaß, die Heilungen. Man hat immer den Eindruck, je mehr Menschen, je mehr Heilungen. Ein riesiger Presserummel beginnt. Die Meldungen überschlagen sich. Man berichtet in sensationeller Aufmachung, bezeichnet den Traberhof mittlerweile als das bayerische Lurd. Dadurch kommt es innerhalb kürzester Zeit zu Massenansammlungen. Der Traberhof wird zum Sammelbecken unzähliger Heilungssuchender. Der Traberhof gilt plötzlich als Grönings erste Heilstätte. Von überall her hört man von Aufsehen erregenden Heilungen. Er schaute mich nur an so und habe ich ihm die Hand gezeigt oder mehr oder weniger und dann, ich weiß, ich war da Tisch oder was, auf jeden Fall. Ich hatte die Hand so und auf einmal die Finger haben getrommelfeuer, trommelfeuer gemacht. Eine ganze Weile. Jetzt kann ich es gar nicht so schnell machen, mittags da. Und in dem Augenblick war die Lehmung verschwunden. Es ging binnen einer halben Stunde. Wirklich. Wir waren beide happy, weil er sich immer so gefreut hat, wenn er persönlich so schnell erleben dürfte. Und das war wirklich ein großes Geschenk für mich. Alle Anwendungen, Kräuterbäder, Medikamente, Übungen, es hat nichts geholfen. Der Schock saß mir so tief in den Gliedern von dieser Bombenacht. Nein, da kann man wirklich von einer besonderen Heilung sprechen. Der Traberhof wird zum Weltereignis. Bis zu 30.000 Menschen versammeln sich an manchen Tagen auf dem Gelände des Gestütz. Auch aus dem Ausland reisen die Menschen an, um Gröning zu sehen. Nach den Wirren der Kriegszeit sehen hier die Kranken und Leidenden wieder Hoffnung und bitten um Hilfe und Heilung. Dann bin ich am Traberhof raufgekommen mit dem Motorradl. Und dann, dann bin ich zuerst bin ich nach Schlossberg gefahren und hab meine Tante, da war meine Tante drauf und ich wollte auch da mal hinkommen, alles halt mitgenommen. Und dann haben wir ganz hinten gestanden, vielleicht von 10.000 Menschen waren das vielleicht, ich weiß auch nicht, wie viel, unheimlich viel halt. Und dann ist er einmal rausgekommen, da war schon dunkel, da waren die Laternen schon, waren schon angezündet da. Und dann kommt er raus und dann schaut er so umeinander. Ja, sagt er, der Michl ist da, der Michl ist da. Ja, komm doch gleich rauf zu mir. Das war für mich direkt ein Wunder. Ich hab ja damals, da war ich wieder gut beieinander, aber wie ich von der Gefangenschaft, wie man beieinander war, da hab ich ganz kurze Jahre gehabt, so lange. Und dann so, nicht ganz morgen, um 96 Pfund, das war der Höhepunkt für mich, wie er mich aus dieser Menschenmasse rausgekommen hat. Und ich stand ganz hinten, ganz hinten, mit meiner Tante da. Aber auf einmal sagt er, der Michl ist da, komm doch gleich rauf zu mir, hat er gesagt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, sowas. Von der Masse Menschen kennt der mich da raus. Wenn es vielleicht einen Monat danach gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, selbst da war es eine Sache, nicht? Aber das war ja fünf Jahre danach, nicht? Dann sind wir vorne an die Haustür da hingekommen und da war Polizei gestanden, die wollten mich auch nicht rauflassen. Dann hab ich gesagt, ich bin der, oder da raufgegeben, und dann haben wir ihn wieder rauflassen. Und die Tante wollten sie auch nicht rauflassen. Dann hab ich gesagt, weil die nicht mitgehen dürfen, dann gehe ich auch nicht rauf. Dann haben sie das auch mitgelassen. Dann bin ich raufgekommen, bin ich reingegangen, dann hat er gesagt, dann hat er gesagt, weißt du es noch, wie er gesagt hat, der ist eine Spinne und der ist eine Vogel. Das war das Erste, was ich mir gleich gesagt habe. Dann hab ich gesagt, ja, das weiß ich noch ganz gut. Dann sagst du, siehst du es jetzt, so ist es. Ich hab gesagt, du wirst einmal ganz früh von mir in der Zeitung lesen. Dann hat er gesagt, wie war es ja, dann kann man sein. Und so ist es auch gekommen, gell? Selbst die Wochenschau berichtet über die Geschehnisse im Traberhof. Ein neues Schlagwort des Tages, Bruno Gröning. Der Mann, der zuerst in Herford in Westfalen Aufsehen durch seine seltsamen Heilungen erregte, ist inzwischen nach Rosenheim in Oberbayern umgezogen. Seitdem lagern vor dem Traberhof Grönings nunmehriger Wohnung und Wirkungsstätte Tag und Nacht die Mengen der Heilungssuchenden und Neugierigen. Die eigentümlichen Kräfte Grönings, das Bekanntwerden seiner bisherigen Erfolge und die sich oft bis zur Ekstase steigernde Gläubigkeit seiner Anhänger haben den Fall Gröning zu einem viel diskutierten Phänomen werden lassen. Die Wissenschaft verhält sich abwartend, vor allem, was die Dauerhaftigkeit von Grönings Heilwirkungen anbelangt. Szenen wie diese sind Nebenerscheinungen des Gröning-Kultes oft hervorgerufen durch Einwirkung von dritter Seite. Doch alle warten Stunden und oft tagelang. Menschen mit jeder Art von Gebrechen kauern in stummen, dumpfen Reihen und erst wenn Gröning auftaucht, kommt Bewegung in diese Heerschau des Elends. Grönings Erscheinen auf dem Balkon ist der Moment, auf den sie gewartet haben. Ein seltsam zwielichtiges Phänomen unserer Tage. Ich wurde bei der Infanterie als Funker am 4. Juli 1943 schwer verwundet. Ich meine, die einzelnen Verletzungen, die ich hatte, auf die Zellen war ja zu viel, aber ich war jedenfalls sehr schwer verwundet. Das Wichtigste war, ich war hirnverletzt, hatte einen Einschuss im Kopf. Der Sprite wurde 1946 rausopasiert, aber was wesentlich war, ich war links halbseitig gelähmt. Der ganze Körper war voller Schmerzen. Mit dem Laufen hatte ich da immer so Schwierigkeiten. So Schrittchen, etwa 20, 10 Jahre, so bin ich nur gedribbelt. Das war alles, was ich konnte. Ich kam zwischendurch in das Hirnverletztenheim in München zur Behandlung. Der Chefarzt, der Wollner, ein sehr guter Arzt, konnte mir aber damals nicht helfen, versuchte jeden Tag etwas Neues auszuprobieren mit Medikamenten, mit Massagen und dergleichen, Gymnastik. Alles wurde probiert. Schließlich hat er dann Morphium angewendet, aber auch das war nicht das Richtige. Und plötzlich lese ich dann, wie ich aus dem Andacht zurückkomme, wie ein Kamerad von mir am Fenster sitzt und liest die Bild-Zeitung mit einer großen Überschrift Bruno Gröning hat geholfen. Das hat mich so fasziniert, irgendwie der Gedanke an Gröning, deshalb sprach ich den Kameraden an und hatte ihn zum Gebeten, ob er mich nicht morgens beleiden würde. In Rosenheim mit dem Zug angekommen, wir steigen aus, ich wusste nicht, wo Gröning ist, wo der sogenannte Drabhof, von dem geschrieben war, sein sollte, keine Ahnung von nichts. Ich wusste auch nicht, ob Gröning da ist. Und wenn wir vom Bahnhof rausgehen, sehen wir dann, wie die vielen Menschen mit Stöcke oder mit Krügen in eine bestimmte Richtung gelaufen sind, dann habe ich zum Kameraden gesagt, ich habe gesagt, du, da müssen wir auch hingehen. Wir kamen zum Draberhof hin, da waren schon 1.000 Menschen vorhanden und haben auf Gröning gewartet. Keiner wusste, ob er da ist oder nicht. Wenn man auf dem Balkon stand, dann sah man nur Menschen. Es wimmelte von Menschen. Unvorstellbar. Diese Fülle, ich sage, es war schwer, überhaupt an das Haus hinzukommen. Gröning kam zur Tür raus, auf den Balkon, stützte sich aufs Balkongelände, hat sich so mit beiden einmal so aufgestützt, so breitspurig, wie man sagt. Aber für mich ist das Bild nicht mehr wegzudenken. Und da hat Bruno Gröning die Menschenmasse begrüßt, sagt er so, bitte stellen Sie sich alle so, dass keiner den anderen berührt. Hat natürlich eine gewisse Zeit gedauert, das war sehr schwierig, weil so viele Menschen da waren alle eng zusammen. Man muss sich ausdehnen, dass keiner mit den anderen zusammenkommt. die Hände gestrickt halten, nach unten, und man war wirklich ganz still. Man hätte eine Stecknadel fallen gehört, sonst diesen vielen Menschen da hier. Das war schon unvorstellbar. Ich hatte den Eindruck, wie er auf dem Balkon stand, war sich seiner Sendung bewusst. Das gab ihm die Stärke und die Ausstrahlung. Er hat ja nicht viel, er hat schon einiges geredet, aber das Wichtigste, was er für meine Ohren gesagt hat, war, an Gott müsst ihr glauben und mir sollt ihr vertrauen. Alles andere ist zu viel der Worte, versteht Sie? Das ist das Fundament seines Wirkens geworden. Bei mir hat sich folgendes abgespielt im Körper. Mir wurde dermaßen heiß innerlich, ich habe das Blut dermaßen gespürt, den Puls, so stark gespürt, er hat geschlagen, als möchte ich sagen, ich habe den Puls, das Blut lauschen gehört in meinem Körper. Mir wurde unwahrscheinlich warm. und das war schon ein Eichenausgefühl, wie ich es nie zuvor und auch bis jetzt nicht mehr erlebt habe. Auf jeden Fall ging es mir, ging es von dem Moment an besser. Der hat sich dann erst gezeigt, nach der Heilung, wenn wir weggegangen sind, um wieder zurückzufahren, da konnte ich wieder normale Schritte machen, weil ich zuvor nur gesiebelt bin. Der Kollege musste mich nicht mehr führen, ich konnte normal gehen. Ich habe sogar zeitweise meinen Stock in die Hand genommen, bin freigelaufen ohne Stock. Mein Kamerad sagte, was machst du da? Ich sage, ja du, ich fühle mich so gut, ich kann wieder gehen ohne Stock. Da ist man gestaunt und im Hause, wenn wir zurückgekommen sind, in dem Sanatorium, im hirnfesten Heim, hat das wie im Fluchfeuer rumgesprochen, alle wussten Bescheid und alle waren überrascht, dass ich auf einmal wieder so gehen konnte. Von dem Moment an brauchte, dass wir keine Medikamente mehr geben, kein Meufilm, nichts mehr, ich habe nichts mehr gebraucht, hat angehalten. Ich war seitdem nie mehr ärztlich erkrankt. Ich bin nicht dazu da, große Reden zu halten, sondern zu helfen und Heilung zu vermitteln. Denken Sie nicht an Ihre Leiden, beobachten Sie Ihren Körper, stellen Sie sich die Frage, was geht in meinem Körper vor? Verspüren Sie, dass durch Ihren Körper etwas durchgeht, was Sie noch nie verspürt haben? Ich gebe Ihnen zu wissen, dass Sie alle nur Kinder Gottes sind. Der alleinige Arzt, der Arzt aller Menschen, ist und bleibt unser Herrgott. Nur er kann helfen, hilft aber nur dem Menschen, der den Weg zu ihm gefunden hat. Oder aber, der bereit ist, den Weg anzutreten, den Glauben in sich aufzunehmen und mit ihm zu lehren. Sie brauchen nicht an den kleinen Gröning zu glauben, aber Vertrauen müssen Sie mir entgegenbringen und dem Herrgott für seine große Tat, für seine große Macht, für seine Herrlichkeit danken. Nicht ich will den Dank. Und somit wünsche ich Ihnen allen, wie Sie hier stehen, die beste Gesundheit. Werfen Sie die Krankheit weg und nehmen Sie die Gesundheit auf. Dies geschieht im Namen Gottes. Das beste und das größte Geschenk in diesem Erdenleben ist nicht Reichtum, nicht das Geld, sondern die Gesundheit. Ich rufe Sie zur Ordnung. Ich will, dass Sie ein gesundes, ein gutes Leben führen, wie Gott es bestimmt hat. Und dass Sie sich mit diesem Unhold, mit dem Bösen nicht mehr abgeben, auch nicht mit ihm abfinden, nein, ihn von sich weisen. Wenn Sie das alles tun, erst dann beginnt Gott in dem Menschen zu wirken. Die Ordnung ist Gott. Die Ordnung ist Gesundheit. Ich kann wieder sehen. 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 Ich kann sehen. Ich kann wieder sehen. Ich kann mich noch an einen Fall sehen, einen Blinder, der plötzlich schriegt in der Menge. Ich kann sehen, ich kann sehen. Und er hat mich raufgeholt. Und um das Wissen zu haben, es war ja Nacht, also in ihrem Urlaub, er hat gesagt, wie viele Fenster sind in dem Haus erleuchtet da und so weiter und so fort, hat er dann gesagt. Später habe ich diesen Mann dann, weil wir Zeugen mal für einen Prozess brauchten in München, irgendwo hatte ich seine Adresse her und habe den aufgesucht. Zumindest war er, wie ich da reinkam, es war eine ganz primitive Hütte da, ein kleines Häuschen, da war er am Beziehen fleißig, nicht wahr? Offensichtlich konnte er sehen. Und was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer und da ist also eine ziemlich große Anzahl, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, tatsächlich der Aufforderung Görings gefolgt und sind aus den Rollstuhl aufgestanden und haben ihren Rollstuhl selbst geschoben. Das habe ich gesehen. Eine Ungarin, ich nehme an, eine Zigeunerin, die kam auf Knien gerutscht und ballte die Hände und schrie immer was, Gröning, danke, Gröning, danke. Und dann sprach ich sie an, sage ich, was sie denn hat, dann zeigt sie mir, sie hat die Lähmung in den beiden Händen gehabt und sie war aber noch sehr jung, Anfang 20, sehr schick, sehr elegant nach dem Krieg und jetzt auf einmal kann sie die Hände wieder auseinander machen. Im Pferdegestüt am Gatter habe ich mich da ein bisschen zum Ausrühren angelehnt, Sitzmöglichkeiten gab es ja nicht, und da kam ein Mann und will über den Zaun springen, über das Pferdegatter. Und da sage ich, ja, Sie sind ja hier, und da sprang er auch rüber, das ist doch mindestens ein guter Meter, oder Meter 20, eine Hand hielt er an den Stangen fest und dann sprang er rüber, sag ich, na, Sie sind hier ja fehl am Platz, was machen Sie denn hier? Ja, sagt er, ich bin die ganze Woche hier, das muss so Donnerstag, Freitag gewesen sein, und am Sonntag war ich das erste Mal und auf einmal kann ich gehen. Ich sagte, das gibt es doch nicht. Doch, sagt er, ich bin gelähmt, und dann hat er die Brieftasche aufgemacht, hat mir ein Foto gezeigt, dass er schwerstbehindert war und war auch abgebildet, dass er auf zwei Kröcken ging. Und dann sagte er, jetzt sind es schon vier, fünf Tage und ich kann gehen. Ich brauche keine Krücke mehr, sonst hätte ich, wenn er mir nicht noch seinen Ausweis gezeigt hat, hätte ich das nicht geglaubt. Och, der war freudestrahlend. Ich sage Ihnen, der hat eine Kraft bekommen, er war mindestens 50, dass der über die Skatter, da springen ja nicht alle Jungen mal rüber, konnte der rüberspringen. Also das, das war schon beeindruckend. In dieser Zeit entsteht sogar ein großer Dokumentarfilm über Bruno Gröning und die außergewöhnlichen Ereignisse am Traberhof. Für Regie und Produktion ist Rolf Engler verantwortlich. Der Film soll sachlich, informativ die Geschehnisse darstellen. Die Nachrichten von weiteren Heilungen halten unvermindert an. Herr Paweil hatte Multiple Sklerose. Und er ist während des Krieges von einem Lazarett zum anderen beordert worden. Es konnte ihm niemand helfen. Es wurde so schlimm, dass er nicht mehr berufsfähig sein konnte nach dem Kriege. Sie waren aus dem Soldatenland geflüchtet nach Rosenheim. Seine Krankheit war so weit fortgeschritten, dass er nur noch sitzen konnte. Er konnte gerade noch stehen. Und wenn er sich rasiert hatte, musste er den zweiten Arm halten, mit dem zweiten Arm halten, dass er das vollführen konnte, die Tätigkeiten. Ich war öfter mal bei ihr gewesen und sah, wie krank ihr Mann gewesen ist. Er konnte sich praktisch nur zwischen Bett und Tisch vorwärts bewegen. Man musste ihm die Hand halten, dass er den Löffel zum Mund führen konnte. Also ein ganz, ganz, man könnte sagen, todkranker Mensch, der nur so dahin vegetierte. Er stand mit seiner Frau am Traberhof unter Tausenden von Menschen. Alle warteten auf Bruno Gröning, auch sie. Und dann hieß es, Bruno Gröning muss jetzt wegfahren. Und die Frau Bave verließ ihren Mann und eilte dorthin, wo das Auto mit Bruno Gröning startete. Und sie rief, Herr Gröning, ich bitte Sie, helfe Sie meinem Mann. Aus innerstem Herzen hat sie gebeten. Und er reichte ihr die Hand heraus vom Auto und hielt sie ganz fest. Und sie lief noch mit, wie das Auto angefahren ist. Und er sagte zum Schluss noch, es wird ihm geholfen sein. Es war ihr diese Begegnung mit Bruno Gröning so wertvoll, dass er ihre Hand gehalten hat. Und sie hat automatisch die Hand und den Arm hoch gehalten, kämpfte sich wieder durch die Menge bis zu ihrem Mann hin und sagte, so, lieber Mann, diese Hand hat jetzt die Hand von Bruno Gröning gehalten und gab ihm die rechte Hand. Und in dem Augenblick ist ihm eine Kraft zugeführt worden, der den ganzen Körper erfasst hat. Und es war ihm so wohl, dass er vor einmal das Gefühl hatte, er ist jetzt frei von den Belastungen und Krankheiten, Behinderungen. Er konnte zum Zug laufen. Mein Mann hatte mir von der Fabrik oft irgendeinen Jungen geschickt, wir hatten ja kein Telefon, um mir etwas auszurichten. Und als der an die Tür klopfte, sagte ich nur, ja, ja, Max, komm nur herein. Und auf einmal stand Herr Bavé vor mir. Ich sage, sind Sie jetzt die Treppen so hinaufgelaufen? Er sagte, ja, das bin ich gewesen. Sag ich, aber das gibt es doch nicht. Ich bin geheilt. Und ich werde große Schwierigkeiten haben. Ich muss zu verschiedenen Ärzten gehen, muss alles melden. Man entzieht mir das Geld, was ich für meine Krankheit bekommen habe. Denn ich bin ja gesund. Ich kann ja ohne weiteres wieder einen Beruf ergreifen. Also wir waren natürlich alle sprachlos. Herr Bavé's Erfolgsbericht wird auch schriftlich festgehalten, um die besonderen Vorgänge zu dokumentieren. Er bezeugt eidesstattlich seine Heilung. Später wird er sogar ein enger Mitarbeiter Grönings. Seine alten Beschwerden kehren nie wieder zurück. Viele andere Menschen berichten von ähnlichen Phänomenen. Es ging um 14 Jahre, als wäre es mit Feenentzinnung gerückt. Und da bin ich drei Tage gelegen dann. So viele Schmerzen gehabt, bis zur Bewusstlosigkeit. Und da habe ich eben die durch die Venentzinnung die Blutverhoffnung in der Lunge gehabt, die Lungenembolien. Da bin ich nach drei Tagen bewusstlos geworden. Da haben sie dann schon einen Arzt geholt, eine Spritzen gegeben oder so. Aber ich habe dann bei der Nacht nicht mehr schlafen können. Ich bin im Bett drin gesessen, weil ich da keine Luft mehr gehabt habe. Dann ist das so dahingegangen. Dann war ich auch bei Ärzten. Und die haben gegen einen es müsste wahrscheinlich der Fuß abgenommen werden, also die ganze Beine abgenommen werden, weil sie seine Blutstangen waren. Die inneren Phänen. Naja, das wollte ich absolut nicht. Und naja, Lübe war eben nicht mehr Leben. Das hat nur möglich ausgeschaut. Also, dass da noch was hilft. Herr Wanderwitz ist einer der vielen Heilungssuchenden am Traberhof. Er steht mitten in der Menschenmenge und hofft, dass ihm durch Bruno Gröning vielleicht doch noch geholfen werden kann. So ungefähr eine Stunde. Da ist es mir so gut gegangen dann. Und ich habe mich weggefühlt und leicht. Und da war auch der innere Druck und Schmerzen waren weg alles. Und von da weg ist es mir ganz gut gegangen. Ich habe in der Nacht wieder schlafen können. Und dann habe ich mit dem Herzen geholfen und mit dem Luftkranken keine Schwierigkeiten mehr gehabt dann. Der Arzt, der was da geholfen hat, das war der Dorfarzt. Und der ist dann weggezogen. Dann ist er später mal in den Urlaub wieder gekommen. Und da hat er meine Mutter gefragt, ob ich noch lebe. Und da hat meine Mutter gesagt, ja, ja, mir geht's gut. Der ist von Staunen nicht mehr rausgekommen. Und dann habe ich 50 Jahre alt. Ich war schon 50 Jahre, habe ich meine Mutter gefragt. Dann sage ich, warum habe ich einen Hof nicht gekriegt daheim? Ja, weil die Ärzte haben gesagt, ich wäre höchstens 30, 35 Jahre alt. Dann habe ich da aber einen Hof nicht gekriegt. Unzählige Heilungsberichte aus der damaligen Zeit belegen die Vielfalt der Heilungen. Elisabeth Schwert war 20 Jahre lang auf dem rechten Ohr taub. Sie wird geheilt, obwohl der behandelnde Arzt ihr erklärte, dass ein Wiedererlangen des Gehörs ausgeschlossen sei. Frau Luschelders erhält eine Heilung von Bechterewscher Krankheit. Am Traberhof erhält Hugo Pacholke eine Heilung von jahrelangem Rheuma und Ischias-Beschwerden. Die 57-jährige Zenta Saltner wird von Stottern geheilt, das sie seit ihrem sechsten Lebensjahr hatte. Frau Krusi Nosmina erhält eine Heilung von neuralgischen Schmerzen, die sie 10 Jahre lang hatte. Hans Schönauer wird nach 11 Jahren von Multiple Sklerose geheilt, läuft jetzt mühelos, ohne Stock. Lina Brandl erhält ebenfalls eine Heilung. Sie hatte 10 Jahre lang beidseitige Hüftgelenksentzündung, wurde als unheilbar eingestuft. Johann Schäfer wird nach 13 Jahren von einer sehr schmerzhaften 12-Finger-Darm-Wucherung und schwerer Magensenkung geheilt. Paula Bemer wird von einem schweren Herzleiden erlöst. Johanna Bayer litt 20 Jahre lang unter Asthma, hatte so große Atemnot, dass ihr Herz zu versagen drohte. Ihre Heilung wird sogar von ärztlicher Seite bestätigt. Franz Nerkorn hatte seit 30 Jahren spinale Kinderlähmung. Seine Heilung wird ebenfalls ärztlich bestätigt. Am 31. August 1949 hält Bruno Gröning im Spielsaal des Traberhofes eine Pressekonferenz ab, die er selbst einberuft. Er bittet die Journalisten, objektiv und wahrheitsgetreu zu berichten und weitere Sensationsnachrichten zu unterlassen. In einigen Zeitungen wird kurze Zeit später eine positive Einstellung des Bayerischen Ministeriums zum Falle Gröning veröffentlicht. Ministerpräsident Erhard erklärt, dass man das Wirken einer außerordentlichen Erscheinung wie Bruno Gröning nicht an Paragrafen scheitern lassen sollte. Man betrachtet Grönings Heiltätigkeit als freie Liebestätigkeit. Die Heilungen am Traberhof gehen unterdessen weiter. Im Ort war eine Frau, die war blind. Die Frau Haberland hat die geheißen. Und einer war noch, der war in der Nachbarortschaft, der war auch blind, ist aber vom ersten Weltkrieg kriegsblind gewesen. Aber die haben halt auch alles probiert. Und dann haben sie gesagt, ich soll es doch mitnehmen raufgehe. Und wenn ich dann zu ihrem reingehe, dann sagt er zu mir, ich habe dazu gesagt, du sollst niemanden mitbringen. Dann habe ich gesagt, die haben so gebetelt, das habe ich halt auch nicht mehr nachsagen können. Und dann sind sie halt mitgefahren. Und dann sind die draußen im Flur, im Korridor da draußen, da war ein Ding, eine Mauer durchgebrochen, also ein Bogen, und da war ein Vorhang vor. Und da draußen war eine Bank, und da haben die die Dwochen da drauf gesetzt. Und dann ist er rausgegangen, ich bin hinter ihm nachgegangen, und hat durch den Vorhang durchgeschaut, hat den Vorhang so genommen, und so hat er genommen, hat er durchgeschaut. Dann ist er wieder reingekommen, dann sagt er zu mir, weil er sich umdreht hat eigentlich, sagt er zu mir, du, die Frau, die siehst du schon wieder, hat er gesagt, aber der Mann, der seht nimmer, da sind die Sehnerven hinten. Das ist vom Krieg irgendwie, hat er gesagt, oder was, da sind die Sehnerven kaputt. Aber die Frau, die seht wieder, aber die müssen nur öfters kommen, hat er gesagt. Dann hat er mir gedacht, der B.A. reingeregt. Und dann ist er reingegangen wieder in die Bude, und ich bin dann halt durch den Vorhang durch, und dann sagt die Frau zu mir, ja, Michl, ja, jetzt seh ich wieder. Und da läuft ein weißer Spitz umeinander, hat er gesagt, das ist ein spitzer Hund, die haben so im Traumhofer so einen weißen Spitz gehabt. Da läuft ein Hund umeinander, ja, ich seh ich wieder, hat er gesagt, und jetzt muss ich gleich aufs Klo gehen, hat er gesagt, und dann ist er aufs Klo rausgegangen, hat er wieder gesehen, dann bin ich runter in den Gaststurm, da war sein Sohn und der Schwiegersohn drunter, da habe ich ihm halt gesagt, dass die Mutter wieder seht, meine, die sind ja ganz glücklich geworden, ganz selig. Und dann geschah etwas Sonderbares, er war sehr müde geworden, und da gab es in dem Raum einen Ohrenmackensessel, da war er total ermattet, wirklich ermattet gesessen. Dann schleift sich der Herr Kuhlmann leise an ihn heran und sagt, bitte, Herr Gröning, schauen Sie, da unten steht ein Sanitätsauto, zweistöckig. Dann hat er ein bisschen gewartet, ist langsam aufgestanden, und dann bin ich zu ihm hingegangen. Wir sahen ja nur, ich saß ungefähr so weit, wie Sie es von mir. Dann bin ich aufgestanden, habe ich gesagt, Herr Gröning, darf ich Sie begleiten? Dann hat er gesagt, es wird mir eine Freude sein, bleiben Sie bitte hinter mir. Also dann blieb ich die ganze Zeit hinter ihm. und habe erlebt, wie er, er war nicht sehr groß, hineingeschlüpft ist in diese Doppelomnibusse mit Schwerkranken. Und da waren die Ärmsten der Armen. Und da war er so liebevoll zu ihnen, hat sich hingekniet und habe mit ihnen geredet und so. Ich werde das nie vergessen. Man spürte seine Liebe. Mit der Zeit wenden sich viele Ärzte aus dem Bundesgebiet an Gröning. Mit Hochachtung sprechen sie den Nicht-Akademiker an. Dr. Erwin Perlek, praktischer Arzt, bittet im Namen einiger schwerkranker Patienten Gröning um einen Besuch in seiner Praxis. Dr. Guido Roth, praktischer Arzt, bittet um Hilfe für seine an Kinderlähmung erkrankte Tochter. Dr. A. Kaufmann, Chirurg, Frauen- und Röntgenarzt, möchte Gröning mit einer ihm nahestehenden Patientin aufsuchen. Dr. Josef Keifel, praktischer Arzt und Arzt für Homöotherapie, bittet in förmlicher Art um eine Audienz mit zwei Patienten bei Gröning. Dr. A. Molinar, praktischer Arzt, schreibt, sehr geehrter Herr Gröning, da ich als praktischer Arzt bei meinen Kranken einige habe, denen Sie bestimmt helfen könnten und die ohne ihre Hilfe schwerlich wieder gesund werden und weiterhin ans Bett gefesselt wären, frage ich an, ob ich diese Kranken zu Ihnen bringen darf beziehungsweise ob sie zu uns kommen. Dr. Oskar Veth bittet Gröning, seine Kneipp Naturheilanstalt zu besuchen. Die Deutsche Heilpraktikerschaft Landesverband Schleswig-Holstein wendet sich an Gröning mit der Bitte um Fernheilung. Die Liga für Naturheilkunde schreibt, sehr geehrter Herr Gröning, mit Aufmerksamkeit haben wir alle bisherigen Berichte über ihr Wirken verfolgt und wünschen von Herzen, dass Ihnen bald auch seitens der Behörden entsprechendes Verständnis entgegengebracht wird. Speziell die Vertreter der Volksheilkunde können bezeugen, mit welch einer Voreingenommenheit die deutsche Bürokratie seit Jahren auf diesem Gebiet arbeitet. Auch Dr. Zetti wendet sich an Gröning. Der war sehr positiv eingestellt, der Dr. Zetti. Und Gröning war auch in seiner Praxis. Und Zetti war sehr viel am Traberhof und war sehr beeindruckend, war auch absolut überzeugt davon. Kann ich nicht anders sagen. Dr. Zetti, praktischer Arzt aus München, hatte bereits Kontakt mit Gröning aufgenommen. Er schreibt in einem Artikel, Das Phänomen Gröning hat mich als Arzt derartig interessiert, dass ich seit vielen Wochen, viele Tage, aber auch viele Nächte an der Seite Grönings verbracht habe. Er vermag, Kranke mit schwersten Leiden, darunter sogar Blinde, ich habe es selbst miterlebt, durch persönlichen Kontakt und stärkste Konzentration in kurzer Zeit zu heilen oder doch zumindest ihnen Linderung zu verschaffen. Wir hatten zum Beispiel am Traberhof, war es glaube ich, sehr oft Jesuiten vom Jesuitenkolleg, was damals noch in der Nähe von München existierte, heute nicht mehr, waren sehr viele Jesuiten da, die ihm auch religiöse Fragen stellten, die sich mit ihm überrückte jese Probleme unterhielten. Man muss es mal überlegen, nicht wahr? Das sind Leute auf dem Gebiet, die doch hundertprozentig da gebildet sind nur ein ungeheures Wissen haben, aber die haben sich wahnsinnig für ihn interessiert. Und dann diese Geschichte mit dem Mönch aus Assisi, nicht? Ja, es war ein Franziskaner, der tauchte auf, kam aus Rom, soviel ich noch weiß, und entweder war er dort vom Priester geweiht oder er stand vor seiner Priesterweihe, das weiß ich nicht mehr. Und ich weiß nur, dass er eben eine sehr positive Ansprache hält, ich kann im Einzelnen dazu nichts mehr sagen, das weiß ich nicht mehr. Ich habe mich zwar auch mit ihm unterhalten, und er war also völlig begeistert von Bruno, das war für ihn also unglaublich, nicht wahr, also was, und er hat sich also in einer ganz enthusiastischen, nicht wahr, ausgedrückt und hat Bruno um seinen Segen gebeten. Er als Priester. Die Rede des Franziskaners wird mitstenografiert. Er sagt, Ich bin tief ergriffen durch die Worte des Herrn Gröning, und ich muss ihnen gestehen, und ich muss ihnen gestehen, dass ich erinnert werde an das Wort der Heiligen Schrift, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Der göttliche Heiland sagt das in Bezug auf jeden Menschen. Und die Frucht ist eine gute. Die Bosheit der Menschen ist sehr groß. Sie haben Christus nachgestellt, und sie haben seinen Jüngern nachgestellt, und sie stellen jedem Menschen nach. Sie haben auch fromme Priester verfolgt, die im Namen Gottes Kranke geheilt haben. Darum haben sie Mut und Vertrauen, und folgen sie dem, was Herr Gröning ihnen sagt. Und wenn Ärzte und Gelehrte, die ihm feindlich gesinnt sind, antworten, er hat keine Studien hinter sich wie sie, so ist das lachhaft, denn Gott lässt sich nicht vorschreiben, was er tut. Wie dann die Heilungszeremonie von Bruno so weit beendet waren, haben dann katholische und evangelische Priester begonnen, das katholische Lied »Großer Gott, wir loben dich« anzustimmen. Und die ganzen Menschen, die auf dem Zahnpuffer alles hat mitgesungen, war unwahrscheinlich ergreifend. »Großer Gott, wir weisen deine Stärken, vor dir weint die Erde sich, und bewundert deine Wände, die du weinen, wie du weinen, vor allem, so weinen, und zu 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 weinen. Der Traberhof ist längst zu einer Pilgerstätte geworden. Durch die Nachricht unzähliger Heilungen, die man in Verbindung mit Bruno Gröning bringt, sind die Menschen ergriffen und schöpfen wieder Hoffnung. Wie ein Lauffeuer verbreiten sich die Berichte über ganz Deutschland. Selbst im Ausland ist Gröning kein Unbekannter mehr. Ob aus Neugierde, Sensationslust oder ernsthafter Heilungssuche, die Menschen strömen in immer größeren Scharen zum Traberhof. Das, was er selbst nie angestrebt hat, sondern durch die sensationelle Berichterstattung der Medien ausgelöst wurde, erreicht seinen Höhepunkt. Die Massenansammlungen wecken aber auch Gegenkräfte. Schon bald wird sich das Blatt für Bruno Gröning wenden. Musik Untertitelung des ZDF, 2020